In diesem Video soll es um die Parameterform der Ebenengleichung gehen, also wie genau sieht diese Parameterform der Ebenengleichung überhaupt aus, wieso sieht die überhaupt so aus und vor allem welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, dass du diese Parameterform der Ebenengleichung überhaupt aufstellen kannst. Also beginnen wir doch gleich mit der allgemeinen Gleichung von einer Ebene. Das heißt, unsere Ebene E von unserem Vektor X ist gleich, wir haben unser Vektor P plus Lambda mal Richtungsvektor U plus µ mal Richtungsvektor V mit µ und Lambda sind Element von R. So, wenn wir uns jetzt diese Gleichung ein bisschen besser betrachten, dann sehen wir, wir haben ja eigentlich drei Vektoren gegeben und der erste Vektor P, das ist unser Stützvektor bzw. unser Ortsvektor und unsere zwei weiteren Vektoren, das sind die sogenannten Richtungsvektoren. Falls du nicht wirklich weißt, was der Unterschied zwischen Ortsvektor und Richtungsvektor ist, dann schau dir zunächst diese Videos an, denn es ist wirklich sehr lohnenswert, wenn du wirklich weißt, was der Unterschied ist zwischen diesen zwei Vektoren, dann wird dir das in der linearen Algebra vollem sehr, sehr weiterhelfen. Jetzt, nachdem diese Formel ein bisschen nicht schön aussieht, schauen wir uns das Ganze mal grafisch an, also damit du dir wirklich auch was darunter vorstellen kannst, wie genau überhaupt diese Formel zustande kommt. Die Ebene befindet sich ja im dreidimensionalen Koordinatensystem und jetzt versuchen wir, das Ganze mal zu reproduzieren. Wir haben drei Punkte in diesem Fall gegeben, also A, B und C und jetzt zeichnen wir unseren Stützvektor P ein. Warum heißt es überhaupt Stützvektor? Wie du siehst, es wird jetzt bald zu einer Ebene aufgespannt und der Stützvektor dient eigentlich dazu, dass du dein Koordinatensystem mit deiner Ebene verbindest, also beziehungsweise, dass du deine Ebene stützt, dass es nicht einfach so lose in dem Raum ist, sondern es wird wirklich gestützt, damit es quasi nicht wegläuft, auch wenn es nicht weglaufen kann, aber egal. Also deswegen Stützvektor. Jetzt benötigen wir noch zwei Richtungsvektoren, also wir verbinden einfach unseren Punkt A mit unserem Punkt B und so halten wir den Richtungsvektor AB und jetzt brauchen wir noch einen zweiten Richtungsvektor und zwar unseren Richtungsvektor AC und wie du siehst, haben wir eine Ebene aufgespannt. Und so entsteht das Ganze, das heißt, du benötigst wirklich drei verschiedene Vektoren, also benötigst einmal den Stützvektor und zwei Richtungsvektoren und jetzt hoffentlich hast du jetzt auch wirklich verstanden, wie genau jetzt diese Formel überhaupt zustande gekommen ist. Allerdings gibt es natürlich verschiedene Varianten, du kannst nicht nur mit drei Punkten deine Ebene aufspannen, sondern es gibt vier verschiedene Varianten insgesamt. Also die erste Variante ist, dass du drei Punkte hast, die nicht auf einer Geraden liegen, denn wenn sie auf einer Geraden liegen, dann wirst du feststellen, dass die Richtungsvektoren genau dieselbe Koordinate haben und das würde ja dann keine Ebene aufspannen, sondern du würdest höchstens nur eine Gerade bekommen. Doch wir schauen uns das Beispiel nochmal mit drei Punkten genauer an, also wie kannst du Parametergleichung von einer Ebene denn jetzt nochmal aufstellen, wenn du drei Punkte gegeben hast. Wie wir sehen, ist unser Stützvektor unser Punkt A und unsere Richtungsvektoren sind eben die Vektoren AB und AC. Jetzt musst du das quasi jetzt nur noch alles ausrechnen, also deinen Ortsvektor A oder beziehungsweise deinen Stützvektor A kannst du einfach nur abschreiben. Die Richtungsvektoren AB erhältst du einfach, indem du deinen Vektor B minus deinen Vektor A machst und deinen Richtungsvektor AC berechnest du, indem du einfach deinen Vektor C minus deinen Vektor A berechnest. Und so erhältst du dann quasi auch schon deine Ebenengleichung und wir gehen weiter zu der nächsten Variante. Die nächste Variante ist, indem du die Ebene mit einer Geraden und einem Punkt aufspannst und dieser Punkt liegt nicht auf der Geraden. Also betrachten wir wieder ein Beispiel, das heißt wir haben unsere Gerade G gegeben und wir haben unseren Punkt P gegeben. So, damit wir jetzt auch wieder verstehen, wie genau wir diese Ebene aufspannen, können wir uns nochmal überlegen, wie überhaupt eine Gerade konstruiert wird. Also wir wissen, dass wir haben unseren Ortsvektor A mit den Koordinaten 2, 3, 3 und wir haben unseren Richtungsvektor U mit den Koordinaten 5, 1 und 3. Und wie du jetzt siehst, brauchen wir eigentlich jetzt nur noch einen Schritt und dann haben wir unsere Ebene aufgespannt, denn wir benötigen nur noch einen Richtungsvektor. Und diesen Richtungsvektor erhalten wir eigentlich ganz einfach, indem wir einfach unser Punkt A mit unserem Punkt P verbinden und so erhältst du den Richtungsvektor AP. Und wie du siehst, haben wir jetzt auch eine Ebene aufgespannt. Jetzt wissen wir auch schon, wie jetzt die Ebenengleichung aussieht. Das heißt, unser Ortsvektor A plus Lambda mal deinen Richtungsvektor U, das heißt hier im Prinzip schreibst du da einfach nur deine Gerade G ab. Und dann, was jetzt quasi deine Eigenleistung ist, dass du einfach plus µ mal deinen Richtungsvektor AP. Das heißt, in diesem Fall musst du eigentlich nur noch deinen Richtungsvektor AP berechnen. Das machst du wieder, indem du deinen Punkt P minus deinen Punkt A machst und dann erhältst du deinen Richtungsvektor AP. Dann gibt es noch die nächste Variante und zwar, du hast zwei parallele Geraden gegeben. Jetzt schauen wir uns dazu wieder ein Beispiel an und zwar, wir haben die Gerade G gegeben und wir haben unsere Gerade H gegeben. Jetzt können wir das Ganze wie im letzten Beispiel diese Geraden, sagen wir jetzt mal, in ihre Bestandteile zerlegen. Das heißt, wir haben unseren Ortsvektor Schrägstrich Stützvektor AB und jetzt haben wir noch jeweils unsere Richtungsvektoren von den jeweiligen Geraden. Wir sehen jetzt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch einen Richtungsvektor und hier in diesem Fall gibt es zwei verschiedene Varianten. Denn du kannst entweder den Richtungsvektor BA nehmen, dann hast du auch eine Ebene aufgespannt oder du könntest den Richtungsvektor AB aufspannen, dann erhältst du auch eine Ebene. Entweder du schreibst deine Gerade G ab und berechnest den Richtungsvektor AB oder du schreibst einfach deine Gerade H ab und berechnest den Richtungsvektor BA. In diesem Fall können wir zum Beispiel ein Beispiel machen, und zwar nehmen wir die Variante, dass wir den Richtungsvektor BA nehmen. Das heißt, jetzt schreibst du deine Gerade H ab und berechnest einfach deinen Richtungsvektor BA, indem du deinen Ortsvektor A minus deinen Ortsvektor B machst. Jetzt noch zu der letzten Variante und zwar, dass du zwei steigenden Geraden hast. Das heißt, in diesem Fall, wir haben unsere Gerade G und wir haben unsere Gerade H. Und wie du es vielleicht siehst, wir haben ja zwei Richtungsvektoren bereits gegeben von den jeweiligen Geraden und unser Ortsvektor ist jetzt eigentlich nur der Schnittpunkt von diesen beiden Geraden. Das heißt, Eigenleistung ist jetzt hier nicht wirklich vorhanden, außer du musst den Schnittpunkt von diesen beiden Geraden berechnen. In diesem Fall ist er ja schon vorgegeben, das heißt, hier müssen wir quasi nur noch abschreiben. Das ist unser Ortsvektor Schrägstrich Stützvektor, ist unser Punkt S oder Vektor S. Und du musst einfach nur die Richtungsvektoren von deinen Geraden abschreiben. Und somit erhältst du wieder die Parametergleichung, die du hier eben siehst. Jetzt noch zu der Zusammenfassung. Das heißt, es gibt vier verschiedene Varianten, wie du deine Ebenengleichung in Parameterform überhaupt aufstellen kannst. Entweder du hast drei Punkte gegeben und da musst du zwei Richtungsvektoren dann jeweils berechnen. Oder du hast die Variante, dass du eine Gerade gegeben hast und einen Punkt P, der nicht auf dieser Geraden liegt. Dann musst du den Richtungsvektor AP berechnen. Das heißt, du nimmst den Ortsvektor von deiner Geraden und du nimmst einen Punkt P. Die verbindest du eben und berechnest den Richtungsvektor AP. Dann gibt es die Variante, dass du zwei parallele Geraden hast. Da hast du noch eine Entscheidungsfreiheit, für welche Variante du dich entscheidest, ob du jetzt deine Gerade G oder deine Gerade H abschreibst. Und welche Kombination, also welchen Richtungsvektor du quasi da aufstellst. Allerdings mach nicht den Fehler, dass du jetzt zum Beispiel deine Gerade H abschreibst und du dann den Richtungsvektor AB nimmst. Das wäre dann zum Beispiel falsch. Also in diesem Fall wäre es auch ganz sinnvoll, wenn du dir immer eine Skizze erstellst, damit es nicht eben zu diesem Fehler kommt. Und dann gibt es noch die letzte Variante eben, dass du zwei schneidende Geraden hast und die haben einen Schnittpunkt S. Da musst du einfach quasi nur abschreiben. Das heißt, du hast die zwei Richtungsvektoren von deinen jeweiligen gegebenen Geraden gegeben und du musst nur noch den Schnittpunkt S eventuell berechnen oder einfach nur abschreiben. Jetzt noch eine kleine Aufgabe für dich, damit du eventuell in dieses Thema reinkommst, dass du wirklich Übung darin bekommst, weil es ist wirklich nicht schwierig. Es ist einfach nur viel Rechnerei. Wenn du die Aufgaben bearbeitest, kannst du die Lösung sehr gerne in die Kommentare schreiben und dann antworte ich dir, ob sie richtig ist. Im nächsten Video beschäftigen wir uns mit der normalen Vektor einer Ebene. Sehr lohnenswert sich anzuschauen, deswegen hoffentlich hat es dir das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video.